Und weiter geht's! Wir sind in Stage 5! Hi! Hilfe! Weg! War knapp! War knapp! Das war knapp! Ich mag die Stage nicht! Weil die ist so hinterher! Wie hab ich das denn wieder gemacht? Wie auch immer ich das angestellt hab! Das war sehr gut! Wenn ich mich jetzt nicht zu blöd anstelle, dann verliere ich kein Leben! Ja genau! Wir sterben! Wuhu! Geschafft! SAKUYA! DU! Sakuya Isaioi, das Dienstmädchen der Scarlet Devil Mansion! Halt mich mit Messer an! Mann! Was hab ich mir denn gefallen? Ich will doch nur da durch! Scheiße! Hallo! Sakuya macht mich voll kürzer! Strange Art! Misdirection! STIRB! Du hast mir mein Leben weggenommen! Mal wieder! So, jetzt will ich es wieder haben! So, jetzt will ich es wieder haben! Woah! Hilfe! 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 Das ist zu viel! Das ist schlecht und einfach zu viel! Oh, sehr gut! Sehr gut! Das war sehr gut! Sakuya! Du stellst dich mir wieder in den Weg! Böses, böses Mädchen! Volldat! Böses Mädchen! Böses Mädchen! Böses Mädchen! Böses Mädchen! Time für die Existenz! Clopkorps! San Kuya ist gemein! Die kann Zeitstoppen! Starkes Stück! Genau, stirb endlich! Mädchen! Kannst du nicht einfach sterben! Sakuya ist total gemein! Ich meine, schaut euch das Ding mal an, ey! Das ist doch echt nicht zu fassen! So ein dreistes Ding! Illusion Image! Lunar Clock! Scheiße! Keine Bomben mehr! Fuck! Zu spät gemerkt! Ich bin blöd! Ah! Mädchen, stirb! Oh! Jetzt erst! Mann! Mädchen! Sieht auch! Ich hasse dich! Naja, ich finde Sakuya eigentlich cool, aber hier hasse ich sie einfach nur! Ich meine, sie ist so gemein! Stirb! Ich habe keinen Bock auf sowas! Ich habe keinen Bock auf Stress! Made Secret Skill! Marionette! Warte! Wo kann da denn?! Fuck you! Was kann der denn jetzt her?! Ach man! Sakuya, du schaffst es mich immer wieder aufs Neue aufzuregen! Mit deiner fiesen Timeskill und Messerattacken! Einfach nur scheiße gemein! Drei Leben! Ob ich das jetzt ohne Continue schaffe, das ist wirklich fraglich! Ich habe nicht versprochen, dass es jetzt ohne Continue wird! Ich nehme das live auf! Wenn ich das bisher wegen Sakuya oder wegen dem Final Boss bisher kein einziges Mal geschafft habe! Naja jedenfalls! Final Stage!